Juhu, wir sind im Orbit. Dankeschön. Und jetzt nochmal Jupiter auswählen. Wir müssen nur vorbeifliegen. Und Periapsis, können wir ihm sagen, wie nah er denn dran vorbeifliegen soll. Da würde ich ihm tatsächlich mal sowas sagen wie 4000. 1000 ASAP, aber wir gucken nochmal in den Auftrag. Jupiter Flyby, within 150.000 Kilometer. Oh Mann ey. Ja okay, aber wir können mal 10.000 Kilometer ASAP sagen. Jawohl, da haben wir einen sehr guten Flyby. Wir müssen nur noch von 150.000 vorbeifliegen. Ja, die Node ist in 20 Minuten. Schubzeit 4 Minuten 46. Oh nee, da mache ich nochmal. Wir brauchen dafür 6200. Das heißt, remove all Nodes. Wir machen jetzt erst eine Stufentrennung. Weil wir brauchen diese obere Stufe gar nicht mehr. Sondern wir machen jetzt einmal, zack. Und zack. Genau. Und machen jetzt mal R. Und ach, wir haben gerade keine Verbindung. Das heißt, ich spule mal ein klein wenig vor, bis wir wieder eine Verbindung haben. Da haben wir eine Verbindung. So. Und einmal Stability Control bitte. Nicht wild durch die Gegend rotieren. So, jetzt sollte. Und jetzt machen wir Create Node. Und da haben wir eine mit 6200. Da dauert der Burn 4 Minuten 28. Und da machen wir jetzt einfach mal Execute Node. Also, er soll einfach mal die Node fliegen. Und dann können wir immer noch korrigieren. Wir können das mit einer Stufe machen. Brauchen die da hinten gar nicht mehr. Und ja. Dann begeben wir uns mit dieser besseren Sonde in Richtung Jupiter. Und hoffen mal, dass wir dort dann den Vorbeiflug schaffen mit ausreichend Strom. Und im Moment werden wir auch von der Sonne beschienen. Die Solarzellen sind hier hinten drauf. Ja. So, jetzt sind wir ausgerichtet. Und dann müsste er gleich Auto mal. Oh, Auto Warp muss ich nochmal anmachen. Sonst funktioniert das nicht mit dem Vorspulen. Und da spulen wir vor. Und da sind wir im Dunkeln. Und so ist das halt immer, wenn wir in Richtung der äußeren Planeten wollen. Dann sind wir immer auf der nicht sonnenbeschiedenen Seite. Und Zündung haben wir gleich. Und jetzt müsste er gleich mit Julic anfangen. Oh ne, muss er gar nicht. Die Triebwerke zünden einfach so. Jawoll. Und ich habe gar nicht. Noch mal einmal schnell speichern. Auf dem Weg zum Jupiter. Wir sind sehr, sehr schön schnell. Und wir haben noch einiges an Delta V übrig. Das können wir aber nicht mitnehmen. Das wird komplett verdampfen hier drin. Weil wir keine vernünftige Isolierung haben. So, jetzt hoffentlich. Alles klar. Abort Node Execution. Danke. Ach so, wir können nicht. Remove all Nodes. Und so. Und sei einmal, bitte stabilisier dich mal. So, dann gucken wir mal, wo wir denn landen werden. Oh, und wir haben einen Encounter. Das ist ja schon mal schön. An sich zentrieren. Müssen wir den... Oh, wundervoll. Wir fliegen innerhalb von 72.000 Kilometern dran vorbei. Das ist ganz wundervoll. Wir gucken mal, wenn ich... Wenn ich jetzt hier... Oh ja, ich kann einfach... Ich kann den einfach noch runterziehen. 60.000 Kilometer mit RCS. Wir machen mal 50.000 Kilometer an Jupiter vorbei. Einen sehr engen Vorbeiflug. Wow. Das ist sogar... Wenn wir ein bisschen Schubkraft noch drin hätten, dann könnten wir vielleicht sogar... Äh... Captchern. Hier. Um Jupiter. Das ist so ein toller Encounter. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, aber wir haben keine Chance in... Ähm... Mit den... Ähm... Mit der Sonde, die wir da jetzt gerade hochballern. So, dann können wir das hier zumachen. Sehr gut. Da müssen wir gar nicht nachkorrigieren. Das ist ja auch mal eine total schöne, äh, Erfahrung. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, äh, einmal zurückgehen und uns ausrichten, dass wir unsere Solarzellen ein bisschen in die Sonne halten. Und dann spulen wir einfach mal bis hierhin so acht Minuten, äh, neun Minuten vorspulen und dann richten wir uns aus. In dieser Zeit, äh, verdampft so gut wie alles, was wir an Sprit, äh, hier drin haben. So, jetzt mal gerade gucken. Ja, in diese Richtung müssen wir uns einfach mal umdrehen. Und ich behalte diese Stufe hier einfach mal dran, weil dann haben wir noch ein bisschen RCS. Nicht viel, aber ein bisschen was. Gucken wir mal. Äh, ne. Das sind jetzt nur... 59, 60. 63. Wir können uns noch ein bisschen besser in die Sonne drehen. 70 Prozent. So, 93. Reicht. Jetzt sind wir ausgerichtet. Da fällt ein bisschen Schatten auf unsere Solarpaneele, aber das sollte dafür sorgen, dass wir, ja, wir generieren elektrischen Strom und zwar massiv, wenn wir so ausgerichtet weiterfliegen. Ähm, und wir können die Avionics sogar einfach deaktivieren, dann, äh, sorgen wir für noch mehr, äh, noch mehr Ladung. Wir haben noch einiges an HTP. Und jetzt bleiben wir mal so. Ich mache RCS aus. So müssten wir stabil bleiben. Und, äh, ich mache hier die Avionics aus. Und dann, ja, unser Akku ist voll. So müssten wir stabil... Ich mach mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Ja, wir sind stabil. Wir trudeln nicht durch die Gegend. Das heißt, so müssten wir ganz wundervoll in Richtung, äh, Jupiter fliegen. Äh, ja, 88%. Okay. Wir werden diese Sonde wahrscheinlich nochmal wieder besuchen, äh, um einfach nach einer Ausrichtung zu gucken. Äh, was ist der nächste, äh, was ist das nächste Ding, was wir, äh, jetzt haben? Äh, hier oben. Und dann haben wir, äh, das dauert noch zwei Tage, bis wir ihn ausrollen können. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt erstmal, wir sind so schnell unterwegs, wir können theoretisch, das dauert, ja, einen Tag und vier Stunden. Und das Ausrollen dauert einen Tag und elf Stunden. Alles klar. Das heißt, wir können diese Sonde jetzt erstmal noch begleiten, bis wir außerhalb des Einflussbereichs, äh, außerhalb des Einflussbereichs der Erde sind. Einen Tag vorspulen und dann gucken wir außerhalb der Erde, ob unsere Ausrichtung noch passt, korrigieren unter Umständen nochmal nach. Und wie man sieht, wir haben jetzt überhaupt gar kein Delta V mehr, weil, äh, flüssiger Stickstoff, äh, flüssiger Wasserstoff, flüssiger Sauerstoff ist leider verdampft. Und den haben wir in der Stage da oben drin. So, und da sind wir aus dem Einflussbereich der Erde raus. Und was sagen hier 86 Prozent? Da würde ich doch mal sagen, können wir doch nochmal, äh, aktivieren und R drücken. Und dann gucken wir mal, ich pinne den hier mal an und wir machen mal, nee, doch, so, nee, das ist die falsche Richtung. Upsi. 90, 94 würde mich glücklich machen. So, 94, sehr gut. So müsste er stabil sein. Jetzt machen wir mal hier wieder alles aus. Shutdown Avionics. Und machen wir mal ein bisschen Vorspulen. Und da dreht sie nix. Sehr gut. Wir sind bei 99. Wow. 99. Wir zeigen super auf die Sonne. Die hier sind im Schatten. Na klar. Äh, aber die anderen sorgen für uns. Unser Akku ist komplett voll. Das heißt, wir nehmen diese Stufe hier einfach mit in Richtung Saturn und haben dann noch die Möglichkeit, äh, nicht Saturn, Jupiter, haben dann die Möglichkeit, das HTP, was wir noch drin haben, zu benutzen. Beziehungsweise auf dem Weg dahin, uns auch nochmal neu auszurichten, dass wir Strom produzieren. Ja, dann sind wir hier auf dem Weg, äh, dahin. Wir machen jetzt mal Add und Sphere of Influence Change und 48 Stunden vorher setz mal einen Alarm. Gut. Das Ding hier ist auf dem Weg. Das heißt, wir können zurück zum Weltraumzentrum. Und dann geht's weiter mit der Mondrakete, beziehungsweise mit dem kleinen Wissenschaftssatelliten, der MoorScience, die ich gebaut habe. Genau, MoorScience wird ausgerollt auf das 150 Tonnen Launchpad. Äh, MoorScience ist nichts anderes als unsere kleine rote Satellitenlauncherrakete, wo ich oben einfach die, äh, Sonde, die auf dem Mond landen soll, reingepackt habe. Weil da sind ganz, ganz viele neue Experimente drauf, die wir auch um, in der Umlaufbahn um die Erde noch gar nicht, äh, benutzt haben. Das heißt, äh, die wird einfach, äh, in der Nähe der Erde auch nochmal Wissenschaft und Wissenschaftspunkte und so weiter sammeln. Genau, Reconditioning, äh, way bigger Launchpad. Wenn das reconditioned ist, dann, äh, rollen wir da den Moonlander 2 aus, der dann hoffentlich eine saubere Landung auf den Mond hinlegen wird. Das ist das nächste, was ich vorhabe. Und, äh, wir bauen gerade auch noch einen SAT-Launcher, der uns einfach ein bisschen Geld bringt. Und dann haben wir hier einen Mars Orbiter 02. Und hier unten haben wir einen, den wir, äh, an dem wir ein bisschen rumschrauben können. Aber, äh, naja, okay, rumschrauben. In 24 Tagen ist schon, wird der hier schon gebaut. Das heißt, ähm, an dem sollten wir demnächst anfangen rumzuschrauben. Aber das nächste ist jetzt erstmal More Science Rollout. In 5 Stunden ist der abgeschlossen. Das heißt, da spulen wir hinvor. Jawohl. Der More Science, äh, kann jetzt gelauncht werden. Und genau das machen wir jetzt mal. Unter einem relativ steilen Winkel, dass wir über viele Biome fliegen. Das heißt, ich nehme ihn mal so, äh, ich lasse ihn mal so auf 83 Grad aufsteigen. Und in 200 mal 200. Das heißt also, ja. Ist nicht sonnensynchroner, äh, Orbit. Aber hier werde ich auch, äh, den Orbit auf der einen Seite sehr eng lassen. Sehr nah an der Erde vorbeifliegen lassen. Und auf der anderen Seite sehr weit raus, äh, ballern. Aber ihr werdet dann sehen, wie ich den gestalte. Also 83, äh, 83, äh, Grad möchte ich den starten lassen. Und der soll, ja, im Prinzip, äh, bis zur Stage 1 soll er jetzt erstmal durchstufen, äh, um auf 200 mal 200 Kilometer zu kommen. Ähm, genau, Engage Autopilot, äh, hier. Genau, ich brauche nix von diesen Sachen hier. Äh, Engage Autopilot und... Start! Wir sind aus der Atmosphäre raus. Das heißt, MacJab hat auch, äh, die Antenne ausgefahren und die Solarpaneele deployed. Oh, wir gucken mal, wie sieht es denn mit unserem Strom aus. Ja, wir verbrauchen im Moment ein bisschen Strom. Ja, und ich kann mal anfangen, äh, hier diese ganzen Experimente anzumachen. Äh, und die hier mal anzupinnen. Massen-Spektrometer, ähm, hier haben wir Helium-Sensor, Magnetic-Scan. Läuft. Dann haben wir hier noch so ein Teil. Infrarot-Radiometer. Dreht sich auch raus. Läuft. Sehr gut. Äh, also Infrarot-Radiometer läuft schon. Das möchte ich da hinpinnen. Ähm, hier haben wir etwas, was wartet. Okay, das haben wir schon alles. Äh, dann haben wir hier ein Quadropol. Massenspektrometer. Ähm, wir hatten auch noch mehr Sachen. Ähm, oh ja, hier außen haben wir eine Fernsehkamera, die wir laufen lassen. Und hier haben wir noch so ein Ding, was, äh, Bodenproben nimmt. Hier haben wir noch einen Zintillationszähler. Den pinnen wir mal hier oben dran. Das sind alles neue, äh, Experimente. Und hier sagt er, äh, irgendetwas ist Bedingungen nicht erfüllt. Info. Minimale Exzentrizität 0,1. Okay, wir sind nicht exzentrisch genug für diese Experimente. Aber die Exzentrizität werden wir, äh, dann einrichten. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Orbit. Sehr schön. Wie sieht unser Orbit aus? Über die nördliche Hemisphäre. Und wechseln dann gleich in die südliche. Und, äh, ich möchte quasi sehr, äh, nah am Äquator einen weiteren Burn machen. Am Äquator möchte ich den, äh, Orbit sehr stark anheben. Und Äquator ist ungefähr, mh, puh, das ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig, weil die, weil die Erde ist natürlich auch in Jahreszeiten begriffen. Ähm, wir sind gerade im Winter. Äh, wahrscheinlich hier so. Wir machen mal hier hervorspulen. Dann fliegen wir mal gerade ein bisschen über den Nordpol. Und richten uns dann aus. Und werden dann das Triebwerk erneut zünden. So lange warten will ich nämlich damit nicht. Und da kommen wir in die Sonne mit unserer tollen Sonde. Wir verbrauchen im Moment gerade ein bisschen Strom, weil wir nicht ausgerichtet sind. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Dann richten wir uns mal aus mit RCS. Oh, wir haben gerade keine, ja, wir haben gerade keine Verbindung, weil wir über dem Meere sind. Habt doch mal bitte Verbindung. Ich hätte mich vorher ausrichten sollen, so wie es aus, so wie es aussieht. So, jetzt haben wir Verbindung. Und jetzt wird er sich hoffentlich ausrichten. Jawohl. Jetzt können wir uns ausrichten. Und dann einfach Schub geben. Gucken wir uns das nochmal an. Wo sind wir? Naja, das ist, äh, nicht so mega gut äquatorial. Aber genau so, äh, sollte das ausreichend sein. Und wir starten den Raketenmotor wieder und sorgen dafür, dass unsere Peri-Aps, äh, unsere Apo-Apsis, äh, sehr, sehr weit von der Erde weg fliegt. Ähm, und wir bleiben hier. Ja, da ist ja unsere, genau, wir sind so auf 200 Kilometer, äh, dass wir also auf der einen Seite sehr nah an der Erde vorbeifliegen. Und so dann sehr, sehr nah, äh, viele Biome überfliegen, in einer hohen Geschwindigkeit auch. Und hier hinten sorgen wir dann dafür, dass wir eine hohe Umlaufbahn haben, sodass wir auch Wissenschaft sammeln aus, von hoch über der Erde. Das ist so der Plan und dann setzen wir gleich den, äh, setzen wir gleich den, äh, Raketenmotor ab und, äh, richten uns zur Sonne aus und dann haben wir es. Ja, da brennt er. Jawohl, und hier laufen jetzt alle Experimente. Und da werde ich jetzt einfach mal die komplette, ähm, wir gucken mal. Ja, also das ist, äh, die komplette Stufe, 18.000, 19.000, 20.000 Kilometer, äh, über der Erde. Ich werde jetzt einfach die komplette Stufe leer brennen lassen, aber das, was wir an, ähm, an, äh, HTP-Treibstoff oben in der Sonde drin haben, das lasse ich komplett drin, damit wir uns immer noch mal ein bisschen ausrichten können. So, und jetzt steigt das sehr, sehr doll, sehe ich gerade. Ähm, ja, aber das, ja, und da ist die Stufe leer. Sehr gut. Dann machen wir mal Stufentrennung. und trennen uns mal von unserer schönen Stufe. Und, ach so, ja. Und richten uns jetzt in Richtung, noch ein bisschen weiter, und richten uns jetzt in Richtung Sonne aus. Da oben haben wir noch ein RTG drauf. Wir gucken mal, äh, ich pinne mal hier, ähm, die Solarzelle. So, dass wir vernünftig ausgerichtet sind. Äh, jo, das ist... Das ist in Richtung Sonne. Dieser Winkel wird sich natürlich immer wieder ändern auch. Ja, und diese, äh, Solarzellen sind auch unter einem kleinen Winkel, weil das Ding soll ja, ähm, 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 die soll ja ein bisschen geschützt sein, wenn es auf dem, äh, Mond landet. Aber das hier wird nicht auf dem Mond landen, sondern es wird nur diese neue Forschungssachen hier, äh, für uns produzieren. Diese ganzen neuen Experimente, die hier laufen. Äh, gucken wir mal gerade. 90 Tage, äh, 13 Tage, 30 Tage, 90 Tage, 6 Tage, 90 Tage, 57 Tage, äh, 57 Minuten. Okay, ja. Aber das ist, glaube ich, diese Basic-TV-Kamera ist, glaube ich, äh, biomabhängig. Das heißt, ähm, ja. So, was haben wir hier? Oh, da haben wir, da haben wir auch noch einen, äh, Plasma-Wave-Detector. Der braucht auch 6 Tage. Sehr schön. Haben wir hier alle anderen, die warten, warten, warten. Die sind noch angeschaltet, aber warten darauf, dass sie, äh, irgendwas bekommen. Und das Teil hier, äh, wartet, weil es ist ein, äh, Oberflächen-Sampler und das funktioniert im Orbit leider nicht. Genau. Und diese Sachen sind, da haben wir schon viel Wissenschaft eingesammelt, aber die neuen Sachen sammeln jetzt Freitag fröhlich vor sich hin. Und, äh, ja. Ja, das da in ein paar Minuten, äh, und dann sollte, sollten wir langsam aber sicher quasi von, aus der Nähe der Erde von diesem Ding hier auch immer wieder Wissenschaftspunkte bekommen. Genau, das wollte ich mal gerade hochballern. So, und dann können wir das hier auch, äh, oben lassen, den More Science-Satelliten und zurück zum Weltraumzentrum. Cool. Der wird jetzt über Stunden und Tage wieder Wissenschaftspunkte runterfucken. Fischen können. Wir haben Upgrade-Punkte verdient. Äh, den stecken wir mal in die zweite Building Queue. Wir haben jetzt ein paar mehr Punkte im VAB als in R&D. Das ist ganz gut. Und dann gucken wir mal. Ähm, wir müssen, die beiden Launchpads werden gerade fertig gemacht. Und dann können wir den Mondlander ausrollen. Jawohl, der braucht nur 14 Tage. Ach so, ja, genau. Der ist ja nicht so schwer. Also, äh, die Nutzlast ist oben nicht so schwer. Das heißt, die 14 Stunden können wir jetzt mal vorspulen. Und da haben wir schon die ersten Sachen hier. Visible Imaging. Und hier kriegen wir noch wieder Punkte vom Maß. Sehr gut. Ähm, Reconditioning. Launchpad 150 Tonnen. Das wird auch gerade reconditioned. Und das WAB, da rollen wir jetzt, äh, den Mondlander aus. Oh, nee, doch. 25 Tage braucht er zum Ausrollen. Da, okay. Dann rollen wir da den Mondlander aus. Äh, Erde Merkur ist in 127 Tagen. Ich glaube nicht, dass wir Erde Merkur hinkriegen. Wir haben jetzt noch einen Satelliten-Launcher. Ähm, Erde Merkur 127 Tage. Ich gucke mal, haben wir, habe ich für Merkur einen zweiten? Ne, habe ich nicht. Und dann haben wir einen Mercury in 491 Tagen. Okay. Genau. Ich wollte einfach noch einen zweiten, äh, Mercury haben. Weil ich glaube, den Mercury schaffen wir einfach nicht. Ähm, haben wir einen Vorbeiflug geschafft? Oder ist der noch offen? Aktiv. Mercury Flyby haben wir geschafft. Mercury Orbit. Mercury Orbit haben wir noch nicht angenommen. Haben wir noch nicht, äh, haben wir uns noch nicht dran getraut. Wir gucken mal. Mercury bräuchten wir. Ejection Delta V 8800 und Insertion 6100. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich mit den alten, mit den alten Technologien noch nicht hinbekommen haben. Ähm, wir haben, also diesen Mercury schaffen wir nicht mehr. Oder könnten wir nur ganz knapp schaffen, aber ich glaube, das ist mir, das ist mir zu knapp. Ähm, diesen Jupiter brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil wir keinen, ähm, und diesen Merkur brauchen wir nicht. Das heißt, das nächste wäre Venus in 164 Tagen. Und da könnten wir mal hier diesen Mars Orbiter, äh, quasi anpassen mit ein bisschen mehr Delta V für, äh, für Venus. Dass wir da quasi die neuen Experimente hinbringen und da nochmal einen Orbit schaffen. Und dann wäre schon, äh, die Geschichte hier mit, äh, Merkur. Aber im Prinzip kann, kann dieser Mars Orbiter genau das leisten. Was brauchen wir für Venus? Wir brauchen Ejection 4000 Meter pro Sekunde und Insertion Delta V 300, äh, 3400. Ähm, der Mars Orbiter 03 MK2 hat, gucken wir uns mal an, gehen wir mal kurz rein. Der müsste mehr als genug Delta V sowohl für Wegbeschleunigung von der Erde als auch für, äh, ähm, Reinballern haben. Da sitzt jetzt schon nämlich unsere neue, äh, unsere neue Stufe. Unser, unser neues Launch Vehicle drunter. Ähm, achso, hier haben wir es ja. Open. Wir haben die drei. Das sind die, das sind die hier, haben, ah, die drei haben 3200 Meter pro Sekunde hat die, diese Stage hier. Das heißt, das reicht nicht ganz. Ne, 3, oh, 3800. Wir brauchen 4000. Das heißt, ähm, wir, äh, und hier oben haben wir, ähm, 7300. Das heißt, das ist locker. Äh, die können wir, äh, also die können wir quasi so, wie, wie, wie sie ist, können wir die auch, äh, umwidmen und Richtung Merkur schicken. Ich muss jetzt mal gerade noch bei der Antenne gucken. Ähm, da machen wir mal Antennaplanning und sagen, ich möchte Richtung Venus noch weniger Antennenleistung reinstecken. Dann haben wir eine gute Sonde, die Richtung Venus schafft. Und wir haben noch gar nichts ausgenutzt, dass wir 5 Tonnen mehr mitnehmen könnten. Das heißt, das Ding hier würde mit den vielen, äh, zusätzlichen, äh, Wissenschafts, äh, Dingern, die hier oben drauf sind. Ja. Oh, und, äh, ich sehe gerade, da fehlt doch noch, da fehlt doch noch, äh, der, dieser Boom. Ja, da fehlt doch noch dieser Boom. Nicht Early, sondern der Helium. Habe ich den, wo habe ich den denn hingesetzt? Ja, der kann hier hin. Nicht Mars Orbiter, sondern Venus Orbiter 2, aber MK2 passt. Sehr gut. Einmal speichern. Der geht mit dem neuen Launch Vehikel hoch. Also, wir haben genug Delta V, ähm, wobei ich gerne mal gucken möchte. Ich möchte eigentlich keine Kurskorrektur machen. Ich möchte hier in die, in diese, äh, Stage eigentlich alles reinpacken. Das heißt, ich nehme mal kurz die Rakete ab und gucke mal. Wir haben hier 20 Tonnen, äh, Controllable Mass. Und wir sind bei 19,34. Wenn wir dem hier jetzt sagen, komm, mach mal, mach dich mal ein bisschen länger. Dass wir auf 4000 kommen, hier 4061. Äh, wie viel Wasser? Dann sind wir bei 22 Tonnen. 22 Tonnen. Jetzt haben wir den länger gemacht. Das heißt, hier unten müssen wir dann, äh, quasi einmal, ähm, ähm, dann toolen wir den hier auf Controllable Mass auf 26 Tonnen. Das heißt, diese Stage kann jetzt 26 Tonnen, ähm, obwohl sie jetzt nur zwei, äh, 22,2 Tonnen wiegt. Aber dann können wir, äh, das hier quasi in Venus Orbiter 02 immer als Vorlage nehmen, äh, um die, äh, um die Stage hier noch ein bisschen dicker zu machen. Um, äh, um, äh, da vielleicht ein bisschen mehr Delta V reinzupacken, äh, um andere Aufgaben zu lösen. Also wenn wir jetzt hier das hier wieder drunter packen. Ja, und dann haben wir hier oben auch, hier ist ja ein 3900. Das verstehe ich nicht. Naja, aber wir haben immer noch die Stufe da drunter, die uns, äh, helfen kann. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt etwas eingerichtet, was, äh, was gut ist für einen zweiten Venus Orbit. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen, äh, Auftrag haben. Ich guck mal gerade, sind wir hier. Oh ne, wir sind hier überhaupt nicht. Ähm, oha. So. Äh, das hier ist alles korrekt. Das ist korrekt. Dann trennt sich da oben, wir brauchen, äh, die Fairing. Ne, die Fairing und das ist richtig. Ah, check your staging. Aber das haben wir jetzt gemacht. So. Nagelneuer Venus Orbiter 02 MK2. Einmal speichern und save edits. Der ist bereit für etwas, das um die Venus kreisen wird. Sehr schön. So, mein, äh, Kaffee, Drink ist leider alle. Jetzt gibt's, äh, Prost. Äh, genau. Venus Orbiter 02 ist da und auf dem können wir basierend ganz, ganz viele Sachen aufbauen. Der, äh, Moonlander 2 rollt aus. Und den werden wir dann in 25 Tagen zum Mond ballern. Ähm, wie lange brauchen wir hier? Okay, der ist, der Satt Launcher ist in 23 Tagen schon fertig gebaut. Und dann wird der hier auch fertig gebaut. Also Mars Orbiter und Venus Orbiter. Was können wir denn als nächstes nehmen? Ähm, wir könnten, äh, versuchen, Mercury, ähm, Mercury Orbiter zu bauen. Oder Wester. Oder Wester. Wester Orbiter brauchen wir Ejection Delta V 6500 und Insertion 4800. Mercury brauchen wir Ejection 7800 und Insertion 6100. Ich glaube, Wester ist verlockender. Das heißt also, Wester in 495 Tagen, äh, ist unser Ziel. Hey, äh, Mario Sirene, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Also, den Venus Orbiter, den wir jetzt gerade so ein bisschen angepasst haben, den würde ich halt jetzt direkt schon mal, äh, duplizieren. Und, ähm, den hier dann, ähm, editieren. Und daraus versuchen wir jetzt mal, etwas für Wester zu bauen. Und, ähm, der wird, äh, duplizieren.